Und das alleine kennt, glaube ich, jeder, auch aus dem Privatbereich, nimmt schon sehr viel Stress von der Person. Das ist auch hier zu befreundet. Und das ist auch hier zu befreundet. Wenn eine neue Generation bei diesem Flugzeug nicht erforderlich gemacht hätte. Warum ist in der Tragfläche zu suchen, die Integraltanks bekommen hat? Und anstelle früher nur möglichen, ich gucke mal genau nach, 1300 Kilo Kraftstoff kann, 3500 Kilometer sind jetzt möglich. Das ist fast das Doppel-Doppel-Doppel-Effektion. Die L410 NG kann genauso wie ihre Vorgängerversion eine sehr gute ausgestattete Kabineinrichtung hinweisen. Die Variante zum schnellen Wechseln des Innenraums von Tragsitzen in Cargo-Reinrichtung ist die natürlich für das Absetzen von falschen Springern und für die Verwendung in Fliegerklubs sehr gut geeignet. Das ist jetzt bis zu 2.154 Kilo. Normalerweise 19 Passagiersitze. Geschwindigkeit maximal 417 kmh. Und ungefähr mit der Geschwindigkeit kommt sie jetzt gerade von Ost nach West hier angeflogen, nachdem sie uns erst ihre langsamen Flugeigenschaften gezeigt hat. Kabel of carrying up to 19 Passagiers, mit der Maximum Endurance, would you believe it, 10 Hours. Das ist eine sehr lange Zeit. Wie gesagt, ein sehr fuel-efficienter Aircraft und ein sehr, sehr Agile Performer. Du hast gerade gesehen, Kurt hier, die sehr große Flats fit in die Hauptsitzung der Hauptsitzung. Sie können sehr schnell flyt und er wird das bestimmte Charakteristik von der Aircross-Performanz. Und wieder, du wachst, seine Landung. Es ist ziemlich remarchbar, wie schnell er ist, wenn die Rheilung tatsächlich auf den Boden geht. Ein sehr schwer und durierbarer Airfreak, das. Es ist entwickelt, sehr schwer, zu helfen, zu operieren von Unprepared oder Gravel, von irgendwelchen kleinen Strip. Und es ist auch schwer, in dem es kann operieren in conditions von zwischen plus und minus 50 Grad Celsius. Nicht viele Aircraft sind das zu tun. Nach dem Krieg wurde die Firma verstaatlicht, wurde in Motorlet umgewandelt. Hat für die L410 und für die L29 ein eigenes Strahl- bzw. Turboprop-Triebwerk entwickelt, das M601. General Electric bought the Czech company Motorlet, the engine manufacturer, previously known as Walter, responsible for a very long line of aero-engines, going back to the First World War, in fact. And General Electric bought the company because they wanted to develop a European Center of Excellence for the development of both Turbine and Turboprop engines. And coming up now, do keep your eyes on it, ladies and gentlemen. Watch just how slowly the next generation, the new technology in the L410 next generation, allows the aircraft to land. Wenigen Augenblicken, einen Kunstflieger am Himmel mit einem diesmal deutschen Flugzeug. Wir sehen, auch hier funktioniert die Schubumkehr. Wir sehen, auch hier. Wir sehen, auch hier. Wir sehen, auch hier. Wir sehen uns im Hintergrund. Untertitelung des ZDF für funk, 2017